Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir den Text der Lesung nicht in seine historische Zeit einschließen, also wenn wir nicht darauf beschränken wollen, was wir mit den Schrifttexten nie können, ihn auf die spezielle Situation einzugrenzen und darauf festzunahmen. Wir haben ja kein Geschichtsbuch im engeren Sinn vor uns, sondern ein Gottesbuch vor uns. Warum würden wir sonst solche Texte lesen? Also natürlich wissen wir, dass hier der Zerfall des Davidisch-Salomonischen Reiches angekündigt wird durch den Prophetenarchiv. Nach dem Tod Salomons wird das geschehen, was wir gestern hörten, was angekündigt wurde. Dein Knecht wird sich deines Reiches bemüchtigen, Jerobeam. Er wird dann König über das Nordreich Israel sein. Dem Nachkommen Salomons verbreiten jeweils nur Judah mit Jerusalem. Wenn wir diesen Text nicht auf diese Situation festlegen, dann stellt er wahrhaftig viele Fragen. Da fällt das Stichwort vom neuen Reich. Das ist der neue Mantel, der noch ganz ist. Kann es sein, dass auch von der Kirche die Rede ist? Wir legen ja sonst großen Wert darauf, dass wir sozusagen das neue Bundesvolk Gottes sind. Kann es sein, dass hier sogar von dem Zerfall der Einheit der Kirche die Rede ist? In verschiedenen Teilen. Wir beklagen das zwar manchmal lauthals, aber wir fragen vielleicht zu wenig an den Ursachen. Denn nicht nur sind es diejenigen, die sich dann Teile der Kirche bemächtigen, sondern es geht ihm ein anderer Abfall voraus, wir haben das gehört. Von Salomon, der eben nicht treu bei seiner Linie dient. Ob dieser Text nicht ein Licht darauf wirft, warum wir die kirchliche Einheit, die so wichtig wäre für das Zeugnis der Botschaft Jesu, warum wir sie verloren haben und warum wir sie bis heute nicht zurückgewinnen konnten.